Tja, auch auf die Gefahr hin, der verbreitenden Langeweile, nein, 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 aber ich glaube nicht, dass das langweilig ist, denn ich hatte ja jetzt vor gut ein, zwei Monaten mal so auch 30, 40 Titel ausgefüllt für die Rente und war dann heute auch mal wieder da bei meinem Spezialbriefkasten beim Caritas, obwohl ich jetzt tatsächlich eine feste Adresse habe, aber ja, dann war dann wieder so ein Briefchen drin, gefühlt 800 Seiten ausgefüllt, aber dann tatsächlich unterm Strich auch nur 40, nur 40, nur 40, harmlos, bin dann erst erschrocken mit diesem riesen Paket und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das heute auch? Auch wenn er versucht, einiges einzuscannen, hat dann auch nicht funktioniert oder man kann vielleicht auch so sagen, den Überblick verloren, dann habe ich es als Komplettpaket dann rausgeschickt via Post, hatte noch eine 160 Cent Briefmarke gehabt, Gott sei Dank und auch noch einen Briefumschlag, auch da darf man ja wieder sich recht herzlich bedanken, dass das geht, ich müsste eigentlich noch was einscannen, habe ich vorhin auch wieder probiert, ging dann aber irgendwie auch nicht, aber langer Sinn, kurze Rede, es ist wirklich, es ist wirklich ein Wahnsinn, an Papier, an Zeit, die man dafür aufbringen darf, letzten Endes dann aufbringen muss, an Beweisen, die man dann, oder Beweise, die man dann nicht mehr erbringen kann, weil eben die Lebensumstände sich geändert haben, weil dann eben die Mutter dort und das und das und die das und das hat, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich eine, wie soll ich sagen, ja, auch eine Farce, ein Puzzenspiel, eine, ja, vielleicht irgendwo auch eine Verarsche von allem, ja, ich müsste, das mache ich jetzt aber heute Abend nicht mehr, nee, wir haben jetzt auch schon bald halb zwölf, nee, da werde ich jetzt, ja, hier werde ich jetzt bloß nichts mehr einscannen, aber, ähm, schon wirklich dieser ganze, dieser ganze Hype, dieses, dieser ganze, äh, dieses ganze Eintragen, ihr wird es dann im Hauptfilm zu sehen, bei VK, Beatshoot, Odyssee und Rampel, dann noch ein bisschen näher erklärt bekommen, was das alles wirklich für ein Wahnsinn ist, ich kann es nicht anders benennen, die einen sagen Wahnsinn, die anderen sagen Leben, die anderen sagen Satanismus und andere sagen wieder, ja, komm, ähm, reiß dich mal zusammen und überhaupt, ja, also da gibt es auch ganz unterschiedliche Analysen, Ansätze, die ich jetzt gar nicht jetzt hier weiter treiben möchte, jetzt hier in dem Trailer, sondern eben nur darauf erweisen, ein kleiner, ein kleiner, ein Glatzer, ja, ein kleiner Mikrokosmos-Ausflug wieder bezüglich im Martins-Renten-Special und es ist und bleibt, es ist und bleibt ein Wahnsinn, wer es denn eben, habe es ja vorhin gesagt, gucken möchte, VK, Beatshoot, Odyssee oder Rampel und wer dann denkt, ja Gott, interessiert mich nicht und da komme ich nie rein oder eben, auch okay, auch okay, kommentiert, macht irgendwas damit, was ihr machen möchtet, gebt mir auch gerne, ich habe jetzt auch beim letzten Bitshoot-Video einen Daumen nach unten gehabt, finde ich absolut in Ordnung, ist überhaupt kein Thema, das darf man auch nach unten schicken, so ein Däumchen, toll wäre es dann gewesen, eben mit dem Kommentar, warum jetzt der Mensch oder die Menschin, wir müssen ja immer in diesem mittlerweile Schenderwahn da reden, warum die Menschin da jetzt da den Daumen nach unten gesetzt hat, also ich kann jetzt nicht so viel anfangen, ich kann eigentlich auch nichts anfangen, wenn ein Daumen nach oben ist, sondern da bräuchte ich dann ein paar Sätze, ja, das Video war geil, weil, oder dein Video war scheiße, weil, aber gut, okay, es ändert sich vielleicht auch nochmal was, aber das war heute jetzt auch nochmal so ein bisschen, ja, Rentenspecial, tatsächlich Rentenspecial, dem Wahnsinn auf der Spur und dann freue ich mich, wenn ihr es dann guckt oder eben nicht oder liked oder disliked oder sonst was, dann vielleicht bis gleich.